Sissi In dem schönen Schloss, in dem du lebst, eines Tages dann auch ich Und wir sind zusammen voller Glück, ich als Königin, wenn unsere Träume in Erfüllung gehen Ich heiße Sissi, du weißt, wer ich bin, so oft in Schwierigkeiten Sissi, oh oh oh, sag mir, dass du für immer bleibst und ich mich riesig freu Sissi, oh oh oh, für immer du, für immer ich Thomas, ich möchte heute Nacht bei dir schlafen Ich vermisse den Dschungel so sehr In diesem Käfig ist einfach nicht genug Platz für uns beide Wie kannst du nur von diesem Wasser trinken Es ist das einzige, das wir haben Es ist hart, ich würde lieber verdursten, als davon zu trinken Mein Liebster, besser wir akzeptieren die Situation Wir werden vielleicht nie wieder einen frischen Bach haben Ist da etwa jemand an der Tür? Ich hab gesehen, dass du noch Licht an hast Wieso schläfst du denn noch nicht? Was willst du in meinem Zimmer zu so später Stunde? Das schickt sich nicht, was würde deine Mutter sagen? Das gleiche, was sie sagen würde, wenn sie sähe, dass ein Hund und ein Eichhörnchen in deinem Bett übernachten Das gehört sich nicht Ach, Sissi Du solltest schlafen Es ist schon spät Du weißt, dass wir morgen die neuen Panther im Zoo besuchen werden Ja, richtig, ich kann's kaum erwarten Fressen Panther eigentlich auch Eichhörnchen? Nein, ich bin sicher, dass der Zoo sie gut füttert Du musst vor morgen keine Angst haben Ich geh sofort schlafen, wenn ich mit diesem Brief an meine Eltern fertig bin, versprochen Du schreibst ihnen einen Brief? Ja, sie sollen doch wissen, dass ich hier bin und dass es mir gut geht Soll ich ihn dir vielleicht vorlesen? Ja, das würde mich freuen Lieber Vater, liebe Mutter Ich hatte euch doch geschrieben, dass ich im Schloss Neuschwanstein in Bayern bei Ludwig bin Ich habe euch angelogen Tatsächlich bin ich in Österreich bei Franz und Tante Sophia Bitte vergebt mir Vergebt eurer rücksichtslosen Tochter Der Grund für meine Lüge war, dass ich befürchtet habe, ihr würdet mir niemals erlauben, dort hinzufahren Während Franz seine Verlobung mit einer anderen Frau verkündet Doch die Verlobung wurde abgesagt Und alles wird wieder wie früher sein Ich schreibe euch das, damit ihr wisst, wie glücklich ich bin Und ich hoffe, dass ihr und Nene mich... Was liest du da? Ist das ein Brief von Sissi? Und, was steht da drin? Ich lese es euch vor, ja? Ach ja, hier war ich Bitte drückt doch Theodoro Die fantastische Maria Die süße Spatz Die unwiderstehliche Sophia Und natürlich den kleinen Mappi Ich hab euch lieb Ich bin unwiderstehlich Ist das gut oder schlecht? Das ist sogar sehr gut, Sophia Lass mal sehen Guten Morgen, Petra Ist was mit dir? Bist du nicht hungrig? Nicht heute Morgen Verschwendet, herauszufinden Wie man reiche Schnösel kennenlernt? Johann, beruhige dich Und lass deine Schwester in Ruhe Und vergesst nicht, mir von der anderen Seite des Sees Ein paar schöne Äpfel zu besorgen Ja, geht klar, Großmutter Nein, du bleibst hier Ich gehe So entkomme ich wenigstens für einen Moment Mal deiner andauernden Fragerei Hab etwas mehr Geduld mit ihr Wenn sie soweit ist, wird sie uns alles erzählen Auch wo sie gewesen ist und was sie vorgehabt hat Die zwei Panther heißen Jenny und Thomas Sie kommen aus Afrika Thomas wurde eingefangen, woraufhin sich Jenny aufgegeben hat Deshalb konnten wir sie unmöglich trennen Sie muss ihn so sehr lieben, dass sie ihre Freiheit dafür geopfert hat, um bei ihm zu sein Ist das nicht eine wundervolle Geschichte, Franz? Ja, das ist sehr berührend Würdest du dich auch nur wegen Lulu in einen Käfig sperren lassen? Das kommt darauf an Gibt es denn Erdnüsse in dem Käfig? Sieh mal Die armen Dinger sehen sehr unglücklich in ihrem Käfig aus Das tut mir leid, ist aber nötig Es ist doch nur zu eurem Schutz Es sind Panther und keine Kätzchen Was glaubst du, wird Sissi diesmal heiraten? Ich hoffe sehr, dass sie das tut, mein Kind Es ist nur schade, dass wir diesen wundervollen Pavillon verlieren werden Sissi wird ihn mitnehmen Dein Vater hat sich schon seit einer Weile verkrümelt Ich werde mal nach ihm sehen Alles, was ich von Ihnen höre, sind Fragen Aber wenn ich Ihnen von Franz und mir erzähle Würden Sie mir das sowieso nicht glauben Wo sind denn jetzt die Äpfel? Hallo, du hier, Petra? Ich dachte, Johann kommt Oh, bitte nicht Sag bloß, ich muss mit dir die Äpfel nach Hause bringen Naja, ich hab die Äpfel Also wirst du's wohl müssen Mein Liebster, so kann das nicht weitergehen Seit wir angekommen sind Hast du weder getrunken noch etwas gegessen Du wirst krank werden Bevor ich hier leben muss, werde ich lieber krank Und was ist mit meiner Gesundheit? Was ist, wenn ich auch krank werde? Wegen dir Wie sollen wir denn in diesem Käfig überleben? Mir ist aufgefallen, dass der Panther noch nichts gefressen hat Wahrscheinlich hat er keinen Hunger Oder vielleicht ist er zu wütend, um zu fressen Sissi, bitte Versteh doch, was meine Mutter sagt Sie sind doch nur wegen unserer Sicherheit eingesperrt Sophia hat recht Sie sollten lieber im Käfig bleiben Würdest du denn für den Rest deines Lebens in einem Käfig leben wollen Nur damit wir zusammen sind? Max 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 Max, Schatz, wo bist du geblieben? Schnapp dir auch einen Sack Wir müssen sie ins Boot laden Wie käme ich denn dazu? Was ist los, Petra? Ich habe plötzlich so einen fürchterlichen Schmerz in meinem Finger Das tut mir leid Ich hoffe, du hast dich nicht an den Äpfeln verletzt Okay, ist schon gut Ich mache das mit den Äpfeln Danke, Markus, das ist echt reizend von dir Du dummer Bauer Jetzt können sie jeden Tag für ein paar Stunden rumstreunen Ist es so besser für dich? Danke, Franz Sie werden dir sicher dankbar sein Franz, ist dir klar, wie leichtsinnig diese Entscheidung ist? Ich hoffe, man hat dich dazu nicht gezwungen Ich gehe jetzt wieder zum Palast Kann ich auch wieder zum Palast zurückgehen? Ich bin nicht überzeugt davon, dass Panther keine Eichhörnchen essen Ich baue darauf, dass du mich verstehen wirst Max Hier hast du dich also versteckt Ich habe mir schon Sorgen gemacht Hast du mich nicht rufen gehört? Das tut mir leid, Schatz Ich schreibe gerade an einem sehr wichtigen Brief Oh Und an wen schreibst du diesen wichtigen Brief? Bitte verzeih, das ist ein sehr persönlicher Brief Du wirst doch nicht etwa vor mir etwas geheim halten Vor deiner eigenen Frau, der Mutter deiner Kinder Weißt du... An wen schreibst du denn? Ist es ein berufliches Schreiben? Geht es darum, dass wir Geld verlieren? Was es auch ist, du kannst es mir sagen Es ist kein geschäftlicher Brief Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich war Und muss von vorne anfangen Oh? Es ist schon lange Zeit fürs Mittagessen Wie lange dauert das denn noch? Ein bisschen wird es noch dauern Ist doch erstmal ein Apfel Danke Weißt du, jetzt hätten wir doch etwas Zeit zu plaudern Worüber willst du denn sprechen? Zum Beispiel darüber, wo du gewesen bist Wir haben dich überall gesucht Deine Großmutter, dein Bruder, deine Schwester Wir haben uns Sorgen gemacht Jetzt sag schon Warst du die Frau, die ich in Wien gesehen habe oder nicht? Jetzt hör schon auf damit, Markus Das würde viel zu lange dauern Dafür reicht die Zeit bis nach Hause nicht aus Dann halten wir einfach an Was soll das werden? Jetzt haben wir alle Zeit der Welt, um zu reden Also von mir aus können wir hier auch übernachten Ich werde dir gar nichts sagen Nur eine Frage, eure Hoheit Ich hörte, die beiden Panther sind heute freigelassen worden Ja, das stimmt Von heute an werden sie täglich ein paar Stunden Freiheit genießen Sissi hat mit mir darüber gesprochen Und ich finde auch, dass das eine gute Sache ist Sehr gut, Sissi Kein Lebewesen sollte sein Leben in einem Käfig fristen Es tut mir leid, aber ich muss gehen Einer der Panther hat sich wohl aus seinem Käfig befreit Das kommt dabei raus, wenn man wie ein kleines Mädchen denkt Franz, ich würde sehr gerne mit dir reiten Nein, das ist zu gefährlich Meine Mutter hat recht gehabt Es sind zwei wilde Panther und nicht zwei zahme Kätzchen Du vergisst, dass ich das hier habe Ich kann doch mit Tieren reden Ich kann dir dabei helfen, die Panther zu finden Ich kann dir nützlich sein Du hast schon genug gemacht Bleib hier Willst du damit sagen, dass es meine Schuld ist, dass die Panther geflohen sind? Nein, es ist meine Schuld Ich bin der Kaiser Es war meine Entscheidung Ich bin dran Franz, bitte, lass mich mitgehen Ich muss mich beeilen, Sissi Die Panther sind für die Leute eine Gefahr Was soll ich jetzt tun? Verbreitet rasch die Nachricht Lasst alle wissen, dass sie in Gefahr sind Dass die Panther draußen rumschleichen Und ihre Kinder nicht davor sicher sind, dass die Panther sie angreifen Wir müssen diese Gelegenheit beim Schopfpacken und Franz gegen Sissi aufbringen Und gleichzeitig auch noch die Wiener Aber wenn die Panther tatsächlich jemanden auffressen Dann wird es einen Aufruhr geben Und ich fürchte, dann wird Franz nicht mehr lange Kaiser sein Und dann werde ich wohl gezwungen sein, seinen Platz einzunehmen Na schön, ich war diese Frau in Wien Was ich aber nicht verstehe, ist, warum du dich Sarah genannt hast Du kannst den Kaiser von Österreich nicht heiraten, wenn du Petra heißt Wenn ich mich so genannt hätte, hätten sie gleich gewusst, dass ich ein Landei bin Und wie hast du es an den Hof geschafft? Na gut, dann fange ich ganz von vorne an Franz wird durchdrehen, wenn er mitkriegt, dass wir den Palast verlassen haben Lasst uns für einen Moment nicht von Franz sprechen Lasst uns darauf konzentrieren, wie wir den Panther finden und in den Zoo zurückbringen können Könntest du bitte dieses Wort nicht mehr wiederholen? Welches Wort, Nuss? Panther Das macht mir Angst Du kannst mich tatsächlich verstehen? Ja, dank dieses Armbands Bitte erzähl mir jetzt alles, was du über die Flucht deines Freundes weißt Wir haben uns gestritten Er wollte die Gelegenheit nutzen und fliehen, während wir aus dem Käfig raus waren Und ich habe versucht, ihn davon abzuhalten Jenny, das ist unsere Chance Wir haben jetzt die Gelegenheit, wieder frei zu sein Hast du nicht Lust, mit mir diesen neuen Ort zu erkunden? Natürlich, aber sieh nur, was wir hier haben So viel Platz, ganz für uns allein Wir können über die Wiese rennen und auf den großen Baum dort klettern Das ist doch alles, was wir brauchen Dort draußen ist eine große Stadt, mit der wir nicht vertraut sind Wer weiß, was da für Gefahren auf uns lauern Hab schon verstanden Ich finde heraus, ob es sicher ist Dann hole ich dich Thomas, nein! Ich weiß sehr wohl, du hast es immer nur gut mit uns gemeint Und jetzt fühle ich mich so, als hätten wir dein Vertrauen missbraucht Mach dir keine Sorgen, wir werden ihn zurückbringen Was ist denn los, Nuss? Ich hab nur eine Frage, Jenny Freschenpanter auch Eichhörnchen? Ich hab am Hof so viel getanzt Und trug wunderschöne Kleider Ich hatte Dina ganz für mich alleine Und habe wundervolles Essen gegessen Die Mahlzeiten waren wie für einen König Jedenfalls nicht so, wie einen Apfel auf einem Boot zu essen Ja, versteht sich, das ist natürlich unter deiner Würde Die Baroness von Thule hat also allen erzählt Du seist eine verwaiste Nichte aus Amerika und heißt Sarah, aber wieso? Ich kannte das Geheimnis eines magischen Armbands Und versprach ihr das Geheimnis zu erklären, wenn sie aus mir eine Hofdame macht So bist du also Kaiser Franz begegnet und er hat sich sofort in dich verliebt Nein, nicht sofort Zuerst hat sich sein Bruder Carlo in mich verliebt Wenn das stimmt, wieso solltest du dann den Kaiser heiraten? Naja, das ist mir nur gelungen, weil die Baroness von Thule im Besitz von einigen magischen Walnüssen war Ich werde jede kleine Ecke dieses Waldes erkunden Wenn ich weiß, dass alles sicher ist, werde ich Jenny holen Hast du deinen Brief jetzt nochmal geschrieben? Ja, obwohl der erste besser gewesen ist Ich bin mir sicher, dass dieser auch gut gelungen ist Aber darf ich fragen, wieso du überhaupt einen Brief an Franz schreiben willst? Weil ich ihm mitteilen will, wie sehr ich davon enttäuscht bin, wie er unsere Tochter behandelt Und dass er nicht der Mann ist, für den ich ihn gehalten habe Er ist immer ein guter und fairer Kaiser gewesen Und ich hätte mir gewünscht, er würde Sissi genauso behandeln Aber Max, wieso willst du ihm denn überhaupt so einen Brief schreiben? Weil er Sissis Herz gebrochen hat und sie überhaupt nicht verdient Wir wissen doch gar nicht genau, was vorgefallen ist Wir kennen doch nur eine Seite der Medaille Sissi ist eine Rebellin Wir beide lieben sie, aber wir wissen auch, wie dickköpfig sie sein kann Vielleicht hat Franz so gehandelt, weil Sissi einen Fehler gemacht hat Und jetzt sind sie dabei, ihn wieder gut zu machen Sissi ist Sissi Dann ist Franz vielleicht nicht der richtige Mann für sie Schatten kann nur am Boden schnüffeln Vielleicht ist er auch in die Bäume geklettert, wie eine große Katze Er könnte runterspringen und uns mit seinen Krallen angreifen Sei nicht so ängstlich, Nuss Ich hab ihn gefunden, hier lang Franz! Sissi, was hast du hier draußen im Wald zu suchen? Mir geht's gut, bitte leg doch das Schwert weg Aber Thomas, du musst große Schmerzen haben Ich muss dich warnen, Mensch Komm mir bloß nicht zu nahe Ist schon in Ordnung, Thomas Ich weiß, dass du mich niemals verletzen wirst Jenny sorgt sich sehr um dich und möchte dich zurückhaben Du, du kannst mich verstehen? Ja, das kann ich Ich kann auch deine Pfote heilen und dich zu Jenny bringen Vorausgesetzt, du erlaubst mir das Bei der Kraft des Armbands befehle ich Heile Thomas und löse seine Fesseln Schmerzen Und so ist es mir gelungen, Franz in mich verliebt zu machen. Er wollte mich unbedingt heiraten. Carlo ist wirklich süß gewesen und es tat mir so leid, dass ich ihm wehtun musste. Mhm. Aber hätte ich ihn geheiratet, wäre ich niemals die Kaiserin von Österreich geworden. Das war die Idee der Baroness, ich schwöre. Dann hatten diese magischen Walnüsse die Fähigkeit, dir alles zu erfüllen, was du dir wünschst? Ja, so ungefähr. Du zerbrichst eine von ihnen, nennst das, was du haben willst und wirfst sie dann in die Luft. Franz, Thomas möchte dir für unsere Hilfe danken und sich dafür entschuldigen, dass er unser Vertrauen missbraucht hat. Er hofft, du kannst ihm verzeihen. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber bitte sag mir, dass du auch weiterhin Thomas und Jenny für ein paar Stunden pro Tag freilassen wirst. Natürlich werde ich das. Ich mach doch alles für dich. Ah. Jetzt sollten wir allen mitteilen, dass wir Thomas gefunden haben. Mhm. Thomas! Thomas! Du hast also der Baroness von Solé die Walnüsse gestohlen und dann hast du sie verloren. Aber ich verstehe nicht, wie du... Das habe ich doch gesagt. Ich hatte sie dabei, als die Vögel kamen und mich vom Palast wegbrachten. Dabei habe ich sie verloren. Hör auf mit dem Quatsch! Wir werden doch kentern! Oh, sie trugen mich stundenlang durch die Luft. Von Wien bis zu diesen lausigen Bergen. Oh! Ich habe es satt hier zu bleiben und mir deine seltsamen Geschichten anzuhören. Tut mir leid. Was meinst du denn damit? Ich bin erst wieder bereit, dir zuzuhören, wenn du mir die Wahrheit erzählst. Bis dahin hör auf, mich für dumm zu verkaufen. Okay? Die Panther können so viel rumstreunen, wie sie wollen. Aber wir brauchen einen Zaun, der sicherer ist. Das ist eine gute Idee. Ist nicht persönlich gemeint. Aber Franz, wir brauchen keinen neuen Zaun. Thomas hat schon mitbekommen, dass es außerhalb des Zoos gefährlicher ist als drin. Und die arme Jenny will gar nicht weglaufen. Tut mir leid, Sissy, aber ich muss auf meinen Ruf achten. Die Wiener trauen mir. Und ich muss ihnen zeigen, dass ich ein verantwortungsvoller Kaiser bin. Machen wir doch einen Schritt nach dem anderen. Kannst du noch etwas Geduld haben? Petra, wieso tust du eigentlich nichts? Kannst du mir nicht wenigstens helfen, die Säcke zu tragen? Hilf mir, ein bisschen voranzukommen. Du hast genug meiner Zeit mit deinen Geschichten vertrödelt. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Was ist? Wirst du meine Geheimnisse für dich behalten? Oder hast du vor, sie alle zu erzählen? Ich liebe deine Familie. Sie war immer so gut zu mir. Wovon sollte ich ihnen deiner Meinung nach erzählen? Etwa von den magischen Walnüssen? Oder dass sich ein paar Vögel hierher geflogen haben? Vom Palast bis hierhin? Oder dass ich dich mit meinen eigenen Augen in Wien gesehen habe. Bereit, die Braut des Kaisers von Österreich zu werden. Jetzt fasst mal mit an. Hoheit! Max! Ich war gerade in Gedanken. Kannst du dich erinnern, wie Sissi das erste Mal auf einem Pferd reiten wollte? Ja, was für eine Angst ich damals hatte. Ich habe sie reiten lassen, aber ich bin ihr die ganze Zeit heimlich gefolgt. Und sie dachte die ganze Zeit, sie wäre allein. Wir haben immer versucht, sie zu beschützen. Wie wir es bei all unseren Kindern getan haben. Jeder macht das auf seine eigene Art. Diesmal bin ich dran, sie zu beschützen, Luise. Und? Was willst du tun? Wir sollten Sissi davon abhalten, sich mit Franz zu verloben und aufs Neue verletzt zu werden. Wir können sie doch nicht davon abhalten, Franz zu lieben. Wir können ihr nur beistehen, falls sie wieder verletzt wird. Wenn wir sie bitten, den, den sie liebt, aufzugeben, sind wir diejenigen, die sie verletzen. Ich muss sie davon abhalten, um ihretwegen. Na schön. Und wie willst du das anstellen? Zuerst werde ich den Brief verschicken. Da kennst du deine Tochter aber schlecht, wenn du denkst, damit könntest du sie davon abhalten. Ich bin ihr Vater. Natürlich wird sie auf mich hören. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, einen Panther neben mir zu haben. Siehst du, es ist fast so wie mit einer großen Schmusekatze. Ja, sicher. Prima Idee. Bis er sich eines Tages überlegt, dich aufzufressen. Na los, Thomas. Lass Jenny wissen, dass du zurückkommst. Okay. Was ist denn los? Hat er etwa was vergessen? Ja, er hat vergessen, uns aufzufressen. Jenny ist nicht mehr im Käfig. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Arme Jenny. Der Käfig war offen, da ist sie wohl davongelaufen. Jetzt wird sie bestimmt Thomas suchen. Oder Eichhörnchen, die sie als Mittagessen verspeisen kann. Wir müssen sie wieder einfangen, noch bevor die Wiener das herausfinden und denken, dass ihr Kaiser sie in große Gefahr bringt. Wir werden sie finden. Dann sollten wir uns jetzt lieber beeilen. Nicht, dass sie hungrig wird und anfängt, kleine Tiere zu fressen. Und? Hast du getan, was ich dir befohlen habe? Ganz genau so, eure Hoheit. Na los, komm raus und geh deinen Freund suchen. Jetzt wird jeder Sissi und Franz dafür verantwortlich machen, dass sie zwei gefährliche Panther auf die Menschen losgelassen haben. Meine liebe Sissi, du bist schon wieder in großen Schwierigkeiten. Wie willst du da wohl rauskommen? Wie willst du da wohl rauskommen? Wie willst du da wohl rauskommen?